du hättest gerne auch so einen tollen timer in deinen videos oder vielleicht sogar einen countdown dann bist du hier in dem video genau richtig denn ich zeig dir wie du mit diesem plugin perfekt diesen timer oder countdown erstellen kannst und es ist auf jeden fall gar nicht so schwer wie es aussieht wenn du mehr wissen willst dann schau bitte das video bis zum schluss damit du auch genau weißt wie es funktioniert und wo du das ganze her bekommst ich würde mich freuen wenn du jetzt den daumen nach oben drückst und ein kostenloses abo da lässt um mich und meinen kanal zu unterstützen und jetzt gehen wir mal mit der zeit wir schauen uns jetzt mal gemeinsam alle möglichkeiten an die es so gibt bei diesem timer wir wollen hier bei dem fahrradfahrer einfach meinen timer einbauen und zwar sollte es so simulieren als würden wir die reinen strecke oder wenn du sowas filmst die zeit und mit einblenden wir werden hier bei dem raketen start an den countdown mit einfügen und wir werden am schluss mein intro nachbauen als allererstes gehen wir hiervon zu video material wählen das ganze an und gehen dann unter den reiter effekte scrollen nach unten zu den new blue elements und klicken hier auf time clock wenn du nicht weißt woher du time clock bekommst und new blue elements dann schau doch mal hier oben rechts im bild habe ich das eingeblendet dort wirst du verlinkt auf das video wo ich dir zeige wie du new blue bekommst wie du es installierst und was du damit alles kannst wir klicken auf time code auf effekt anwenden und gelangen so gleich zu den presets wir machen das ganze mal ein bisschen größer und haben dann so in unserem preset zum beispiel gleich ein 10 sekunden countdown drin bedeutet wenn wir jetzt von anfang an starten dann geht hier der counten einfach rückwärts jetzt werden viele von euch sagen oh aber jetzt sehe ich ja nur die zeit ja das kannst du aber alles hier noch einstellen aber wir wollen jetzt erst mal die presets an sich an schauen wir haben hier einen 5 minuten countdown in einer anderen schriftfarbe wir haben hier sowas wir haben glock wir haben groovy das sind alles voreinstellungen die du auf die du natürlich darauf zugreifen kannst aber du kannst natürlich alles auch separat einstellen alles was du hier siehst kannst du dir einstellen so wie du es willst und du kannst es am schluss sogar als preset speichern und immer wieder aufrufen für deine projekte wir wählen jetzt einfach hier für dieses radrennen einfach mal eine zeit aus wenn wir das ganze hier einfach starten würden dann würde ich hier einfach die zeit laufen im sekundentakt wir schauen uns hier den draw an wir können hier mit der position in x und y verstellen hoch und runter wir können hier die größe verstellen des ganzen und wir können den style verstellen also zum beispiel eine lcd anzeige oder hier oder da je nachdem wie es euch am besten gefällt gibt es hier verschiedene anwendungsfähigkeit ich finde jetzt hat für diesen fahrrad fahrer eigentlich diese lcd anzeige am besten klicken wir hier auf overlay dann den haken ab dann haben wir sofort unseren timecode hier im bild wir machen jetzt einfach mal dieses bild hier größer würden wir es wieder abspielen würde die zeit wieder von unten nach oben gehen was haben wir noch für möglichkeiten wir können hier die textfarbe eingeben zum beispiel hier über unser tolles rad könnten wir das ganze rot machen und wir können an den hintergrund einstellen der jetzt grün wert dazu müssen wir den hintergrund im background oben ziehen und dann wäre der background hier komplett grün damit die zeit besser sichtlich ist das ganze sollte natürlich auch einfach so sein dass man es etwas kleiner macht und wahrscheinlich hier in die untere ecke zieht man kann ins feld rein klicken und dann mit der maus hoch und runter ziehen um hier die position zu verändern wir lassen es jetzt aber einfach mal dabei dass wir das hier so hernehmen und dann vielleicht sogar in schwarze ziehen schwarz ist aber nicht so auffällig vielleicht weiß und klicken wieder overlay aus dann haben wir die möglichkeit hier stunden minuten sekunden und frames anzuwählen die ganze sache ist so dass wenn wir hier auch noch stunden einblenden müssten wir hier oben einfach noch ein bisschen rüber gehen dann könnten wir natürlich auch stundenlang hier unser video material laufen lassen dann würden erst die sekunden sich füllen die minuten und dann die stunden wir können auch hier wählen wo wir beginnen wollen das bedeutet wir können hier zum beispiel auch einblenden das ist ja vielleicht nicht der anfang des videos sondern die sequenz startet hier bei stunde 14 und minute 19 und sekunde 20 genau ab hier haben wir alles davor in unserer timeline in diesem video material minus und der rest wäre plus das finde ich eine super sache hier bei frame kann man einwählen dass die frame rate genau zu der frame rate passt die du auf dem video material hast wenn das nicht zueinander passen sollte also wähle hier drüben beim time format welche zeit du haben willst du stunden mit drin haben willst du minuten oder willst du eher nur sekunden mit drin haben willst du das ganze auch dann hast du hier nur deine sekunden bist du jetzt am anfang bei sekunde 18 willst du einfach hier runter und starte es dann bei null wir können auch zwischen den zeiten haben wir jetzt bei minuten und stunden immer einen punkt dazwischen das ist hier dort der punkt wir haben hier verschiedene möglichkeiten die wir wieder auswählen können was wir zwischen unseren stunden und minuten sekunden da haben möchten was uns am besten gefällt oder halt eben auch gar nichts hier unten können wir dann noch mal eine fps anstellung machen da müsst ihr mal raus probieren bei mir hat es relativ gut funktioniert mit der frame rate auf meinem video aber ich denke das sind so sachen wenn du deine timeline in einer frame rate hast von 30 bildern pro sekunde und du hast aber noch video material das vielleicht 60 oder 25 plus hat könntest du das darüber dann noch anpassen solltest du sonstige fragen noch dazu haben dann klick doch hier oben einfach mal bei options oder bei help drauf da gelangst auf die homepage und kannst dir dazu noch ein paar infos rausziehen jetzt schauen wir uns mal bei diesem video den countdown an wir klicken hier wieder auf effekt anwenden gehen dann auf einen 10 sekunden countdown zum beispiel und klicken hier mal das overlay raus jetzt haben wir trotzdem unseren background drin weil wir hier die schriftfarbe schwarz haben und im background mit weiß finde ich passt jetzt sehr gut dazu wir können den background auch ein bisschen ausblenden finde ich jetzt aber gar nicht mal so schlecht und wir starten das ganze bei 11 sekunden aber wenn wir uns das jetzt anschauen dann startet die rakete ja ungefähr jetzt hat und das bedeutet wir wollen hier erst einmal den countdown aktivieren dazu scrollen wir hier ganz runter und haben im letzten reiter hier die möglichkeit an countdown anzuwählen und schon geht die zeit rückwärts wir möchten jetzt hat aber hier bei null sein und deswegen gehen wir hier auf null und alles was dann drüber ist ist dann plus lassen wir das jetzt weiter laufen dann ist es natürlich bei sekunde null fängt es wieder bei 59 an deswegen machen wir hier einen cut rein in unser video setzen dann unser video material hier wieder auf den x so dass dieses dieser effekt hier nicht mehr zu sehen ist und gehen dann im video material davor wieder rein das bedeutet wenn wir abspielen lassen das ist jetzt zwar relativ kurz aber ich denke ihr habt verstanden um was es hier geht interessanter wird es beim letzten teil des videos denn da ist es nicht ganz so einfach ich habe das ganze ja im intro schon mal vorgestellt wie es aussehen soll ich habe hier das video material da gab es auch noch einen zaun dazu den habe ich jetzt aber mal weggelassen und dann habe ich mir unter den vorlagen erst mal eine ebene maske raus gezogen diese ebene maske die ziehen wir uns hier unter unser video material genauso lang am besten wie ihr den timecode haben wollt dann bin ich unter testbilder gegangen und habe mir dieses tolle testbild hier raus gezogen und habe es auf eine bestimmte länge gezogen bis jetzt eigentlich noch nichts besonderes um jetzt den timecode hier rein zu bekommen gehen wir nicht auf unser video material sondern hier auf die alpha maske gehen dann hier runter und wählen dann wieder unsere time clock effekt anwenden und dann sehen wir schon dass hier was passiert ich habe dann gewählt cartoon und dann sehen wir schon dass es relativ ähnlich aussieht zu dem was ich gemacht habe danach habe ich hier einfach den background eliminiert aber geht nicht so weit denn da seht ihr schon dass ihr bloß nicht die farbe seht sondern geht ein bisschen nach vorne und dann können wir hier die größe auch noch einstellen das ganze schaut jetzt aber noch nicht so toll aus wie es bei mir im video ausgesehen hat denn ich habe jetzt hier die möglichkeit bei diesen position und größe auch einzustellen und je nachdem kann ich natürlich auch meine farbe ändern von dem video und von der zeit und das ganze kann ich natürlich auch animieren und von rechts nach links laufen lassen und so einen farbkontrast oder verschiedene farben während der zeit hier reinbringen wenn du dir das aber nicht genug ist und die kanten hier zum beispiel zu scharf sind so wie es ich gemacht habe dann gehst du hier einfach mal auf klassische unschärfe effekt anwenden und schon sind die farben in sich schön verschwommen hier kannst du natürlich noch einiges einstellen und dann schaut der effekt auf jeden fall schon mal relativ gut aus wenn man den abspielt dann am schluss noch animiert diese tolle box dass die von rechts nach links fährt wir starten hier zum beispiel relativ weit links schaut darauf dass die zahlen alle noch zu sehen sind setzen hier einen keyframe gehen in der zeit nach vorne und wählen das bildchen nach rechts setzen wieder an den keyframe wenn wir das ganze dann abspielen dann sehen wir dass hier die farbe auf jeden fall relativ schön verschwimmt und auch wandert in der zeit es gibt natürlich noch viele andere tipps und tricks wie du deinen timecodes und countdowns erstellen kannst das war jetzt von mir nur eine animierte inspiration für dich falls du das mal umsetzen willst dann schreibst du mir doch einfach gerne in die kommentare und zeig dein video meiner community in dem du das in den kommentaren verlinkt ich wäre gespannt wer da was umsetzt und wer das alles gebrauchen kann wenn dir das video geholfen hat und du jetzt damit weiter kommst dann drück doch den daumen nach oben auch wenn du noch mehr videos mit dieser art und weise sehen willst dann abonnier den kanal um auch nichts mehr zu verpassen schon mal in die video beschreibung da ist auch der lernkurs für magic video deluxe verlinkt alle anfänger kommen hier in weniger als drei stunden zu einem fortgeschrittenen bereich damit kannst du auch deinen abonnierbutton kostenfrei kreieren und am allermeisten freue ich mich natürlich wenn wir uns beim nächsten video wiedersehen bis zum nächsten video